und dann sind wir quasi schon am ende unserer reise zumindest fast der vorletzte planet 24 ich fühle dass das ende unseres kampfes nahe die endgültige schlacht erwartet uns mehr oder weniger okay wir haben drei hütten während die gegner dieses mal wieder besser vorbereitet sind und es sind mal wieder in der mitte von allen hier oh man oh man oh man das sieht nicht toll aus müssen wir noch mal alles geben ja dann baut einfach mal überall irgendwas hin ich müsste die wege abschneiden das wäre vermutlich die beste lösung hier aber erosion kostet viel zu viel mana zum jetzigen zeitpunkt da muss ich schon abwägen mich das am besten nachher wildere sterben schon alle lasst mich mal umgucken hier na gut vorhin würde ich schon gerne noch aufladen als standard zauber die wege abschneiden wäre vermutlich das beste hier sind die und hier sind wiederum die ich bin von gelb gelb umzingelt die sind auf einer insel ok die tikini könnten hier rüber kommen auf den weg wir müssen hier vorne dicht machen das ist das wichtigste schon mal so schnell wie es geht in der froh wenn ich nicht sofort angegriffen werde was ist das auch nö das ist jetzt ein schlechter scherz es hätte jetzt wirklich nicht gebraucht so jetzt pass auf ja ihr müsst ins wasser alter lasse ich noch nicht von sonn mit die fax klein gering du musstest jetzt übrigens so einen scheiß weg zauberhin machen so baut ihr schon alle baut ihr hütten baut ihr ein bisschen schneller okay dann machen wir zuerst das hier weg man kann die immer noch mit feuerball ins wasser stoßen das ist ganz gut hier durch die druckwelle ein feuerball kostet so gut wie gar nichts klar die werden natürlich dann mit schiffen kommt vielleicht sollte man das gar nicht hier weg machen alles andere schon aber damit die sich auf den weg konzentrieren weil wenn die vom wasser angreifen wird sie auf der einen seite so gesehen schon wieder schwieriger ich muss mir das noch überlegen so weg damit so weg damit ihr baut ihr macht hier weiter ok ok seid gut beschäftigt genau so soll es sein hier hinten kümmert sich keiner drum finde ich ein bisschen schade ja erosion ist das stichwort der tage weg damit so ich lad mir noch einen weiteren auf für den fall der fälle und kann nie wissen bilder da gibt es hier keine mehr und ist ja gar nicht mehr da ist so ein wasserloch da könnte man wegzauber hin machen damit das hier mal zu ist das wäre noch ganz nice ansonsten baut ihr hier mal ich kriege heute hin ich kriege heute hin kommt die rote fraktion wieder kommt die rote fraktion wieder mit gut dass ich es gesehen habe bist du schamanin nur bist du speichern nicht ich habe angst kann mir nicht helfen ich habe einfach angst ja lass die schamanin rein dann sind wir alle glücklich so hier ja viel meiner hat die aber nicht viel hat die nicht so hier nochmal ein bisschen und ja es hier kommt hier hin sind meine leute hier sind meine leute hier wir haben so eine große fläche aber die ganzen gebäude völlig verteilt hier die matak sind eindeutig die schwächsten natürlich wieder wie immer gefolgt von den humara die tikini sind schon die stärksten auch wenn es jetzt vielleicht nicht gerade so aussieht das ist garantiert für mich das ganze gefällt mir überhaupt nicht das ganze gefällt mir überhaupt nicht ok die schamanin ist weg aber ah ah jetzt wollen sie nicht mehr und die hier geht zu denen mit schutz ja auch nicht schlecht ok am plan sieht aus ich lasse mir mal ein paar zauber aufladen rückanzauber würde ich mir schon gerne einen gönnen aber der wird vermutlich länger dauern bis ich den bekomme es wäre schon nice wenn ihr ein paar hütten mehr machen könntet also langsam wird sie ein bisschen eng hier gibt noch eine ansonsten müsste ich jetzt hier ähm nein du holst jetzt kein holz ja manche sind einfach lebensmittel manche von meinen leuten checken es nicht was macht ihr da wenn ihr da rüber geht seid ihr tot ihr müsst ihr müsst das irgendwo andere weiter her bekommen müsst ihr warten bis was gewachsen ist nein du bleibst da magischen schutz hätte ich gerne kai magischer schutz ich meine ich habe schon einige leute hier aber na gut ähm kommt ihr klar ich würde ja nichts sagen aber anscheinend Leute so ähm ja Sektenschwamm gönne ich mir auch mal ein bisschen aber nur minimal mach lieber den Vulkan ja das dauert ein bisschen länger mächtigste Zauber aber aber den möchte ich für die Zukunft einmal haben weil ich hätte ihn vermutlich dann nicht nochmal aufladen den benutze ich entweder für die hier oder für die neue Schießpulver oh ja kommt macht euch gegenseitig Platz ja die gelben die oben Oberhand was machst du da hinten willst du wieder Holz holen ich bin auch froh dass ich jetzt momentan dass sie sich auch mehr auf die konzentrieren ja man mach mal was zur Verteidigung ja man mach mal was zur Verteidigung ja okay okay könnt ihr denn wirklich nichts mehr bauen hier? nö doch hier ja aha von wegen baut auf der Stelle baut hier rum S das möchte ich auf jeden Fall noch haben also da macht es mir egal okay wir müssen auf jeden Fall erstmal dann die Mataka erledigen die müssen weg die sind schwach die fühlen sich einsam die haben nicht mal doch die haben Schiffe aber die greifen nicht an na gut ja wir haben Vulkan safe oh shit nein nein ich möchte gerne den Todesengel haben jetzt kommt sie mir gerade ich würde gerne den Todesengel haben das habe ich jetzt nicht gedacht verdammt lenkt ihn ab lenkt ihn ab hier rein durchs Dorf oder er wird zu viel Schaden an richtig mit dem brauchenden Todesengel boah ihr Penner ja ist jetzt alles für die Katz macht jetzt hier alles kaputt ihr müsst ihn weglocken könnt ihr nicht irgendwie wegrennen oder sowas ihr müsst ihn weglocken könnt ihr nicht irgendwie wegrennen oder sowas die müssen die angreifen gehen wir zu denen aber ich fürchte das wird nichts er hat sich auf uns fokussiert oh hm nö ah schon besser ok das ist was anderes ähm tja dann mhm glaubt ich kann mir ein Erdbeben gönnen und es dauert ja nicht so lange so ähm n Erdbeben und es hier so so und das tun wir abschalten erstmal was ist denn hier los what the fuck aah ich hab überhaupt nicht aufgepasst hier mh hm 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 ah greift die hier an ich will nicht angegriffen werden stehe ich nicht drauf die gehören sowieso nicht mehr so freunde der sonne ich weiß wenn wir angreifen angreifen wir richtig an hier die braucht noch ein zweites kriegerlager ist jetzt schon kommen dauert viel zu lange bei soviel leuten tja jo so raus hier und jetzt bauern der holz wollte ich schaffe hier ein bisschen holz tja jo so hier äh feuerkriege könnten wir noch ein paar gebrauchen ich würde dazu trauen dass sie noch mal den engel macht dann kann ich meinen machen so was soll das die erste brauchen sich hier nicht anstellen Nein, nein, nein. Keine Priester. Ja gut, mach das mal ein bisschen fertig. Dann können wir gleich mit der Armee hier angreifen. Ja, sind schon alle ziemlich stark hier. Die kommen wieder irgendwo hin. Ich hoffe, sie statten mir einen Besuch ab. Mir ist langweilig. Nicht. Dann müsste man so eine ganze Armee voller Priester nur machen. Mal schauen, wie lange die durchhalten. Könnten theoretisch auch einiges anrichten. Ja, wenn du nur Priester hast. Ja, kann gefährlich sein wegen dem Feuerkriegen. Aber ansonsten... Kann man damit schon was anrichten? So. Oh, Feuersturm. Nicht mal ein Feuer erregnen. Also... Ja, ja. Könnten mal einen Vulkan machen hier. Okay, ja gut. Greifen wir an. Ich kann die nicht mehr sehen. Ich werde jetzt hier nicht so viele Zauber machen. Erstmal noch. So, lasst sie kommen. Lasst sie kommen. Alter, Leute, lasst euch doch nicht bekehren hier. Das muss nun wirklich nicht sein. Alles nur bitte keine Bekehrung. Das ist die Schamanen. No, von hier aus die Zauber. Das ist unfassbar. Hier. Verglücklich damit. Alter, die hat uns ganz schön dezimiert hier. Na, 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 na. Hier wird sich nicht mehr ausgebildet. Okay. Wir sind am Ende. Da steht da, Kumara, Wachtum. Das sind die Matag. Nicht Kumara. Da bilden die tatsächlich noch Priester aus. Da bilden die tatsächlich noch Priester aus. Hey, kommt mal alle her. Gibt es jetzt hier noch welche? Hier oben. Ja. Drache findet immer jemanden. Hier hinten, aha. Oh je. What the fuck? Erdbeben. Geil. Vulkan-Zauber. Die Kumara am Vulkan hingesetzt. Ach du Scheiße. Endlich machen wir mal was Vernünftiges hier. Es ist unsere Chance. Die Tikini sind geschwächt. Jetzt können wir die angreifen hier. Okay, die Matag sind geschafft. Greifen wir am besten von hier hinten aus an. Das ist das Beste. Dann übernehmen wir jetzt den Rest hier. Die sind ziemlich angeschlagen jetzt dadurch. Dann kommen die Humara als letztes dran. Dann mache ich bei denen dann den Vulkan und das andere Zeug verwenden wir jetzt dann für die hier. Gebraucht bloß ein bisschen Mana. Wenn hier mal was zustande kommt irgendwann. Die sucht sich zu wehren. Okay. Bleibt gefälligst hier. So, ja. Jetzt mache ich euch auch mal Stress hier. Von allen Seiten. Dies habe ich meine normalen Leute. Ich muss mal schauen hier. Ich würde gerne hier ein Erdbeben reinsetzen. Und bitte stört die bei der Ausbildung. Hilfe. Na, schon. Ganz wies, hä? So. Die bauen schon wieder was Neues, aber ich glaube, das können sie sich nun wirklich schenken. Wenn jetzt alle beschädigt sind, dann Wasser ist de facto. Wir müssen bloß aus den Booten rauskommen. Dafür habe ich dann einen Insektenschwarm. Beziehungsweise, ich schieße einfach auf die mit meinen Deuten. Könnte ganz schön ganze Menge ab. So, ähm... Wollte nicht aufgeben. Okay, ich glaube, jetzt sieht es schon anders aus. Ja. Da unten ist noch einer. Die Schamanen ist da. Ja. Ah, perfekt. Ich finde es schön, wenn das alles von selbst zusammenfällt. Es spart Mühe. Tja, Kumara, dann seid jetzt ihr dran. Und das wird jetzt schmerzhaft. Ich habe noch ein paar Asse im Ärmel. Und einen habe ich hier. Den magischen Schutz. Pass auf, ich werde am besten hier den Valkan hier reinsetzen gleich. Wenn die jetzt kommen hier, dann... Oh ja, das wird... Das wird fett. Warte, ich will es von oben sehen. Die Labe so richtig alles schön einnimmt. Oh yeah. Ja. 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 Ich habe noch hier das hier. Oh, hilft mir mal jemand. Alter, das sind ja wirklich... Furchtbar hier. Oh, ich habe noch 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 hier. Okay, ähm, ja, okay. Uh, ja, gut. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Wir sind auf jeden Fall verpissen hier. Okay. Oh je. Der Insektenschwarm. Man kennt das ja. So, hier, guck mal, mach mal die Platz hier. Das ist ein Albtraum. Kann mal jemand mir helfen? Ich hab gar nicht mehr so viel Krieger hier. Wir haben uns hier wirklich die Hölle heiß gemacht. So, hier. Es darf keine Arbeiter mehr entstehen. So, alles muss weg. Wir sind echt schnell bei der Sache hier. So, hier kommt der Tempel. Steht der auch noch? Hauptsache, die macht keinen Insektenschwarm. Okay, okay, okay. So, gut, da weiß ich Bescheid. Ja, gut, die bauen ja fleißig neu hier. Die wollen sich nicht geschlagen geben. Oh Gott. Neu zu bauen geht viel schneller, als etwas zu reparieren. Das ist die Sache hier. Aber ich glaube, jetzt langsam sind die am Ende. Ich hab'n Spion bekehrt. Nice. Da steckt Matak. Das sind die Humara, nicht die Matak. Huh? Runaga? Huh? Shoka? Huh? Huh? Sooo, dann mal gucken. mä mass-mişness universally. Da haben wir ein bisschen gestreut, ne? Geben die immer noch nicht auf, ne? Ja, jetzt aber. Ja, macht's mir echt nicht einfach, ne? Ständig verteilen die sich und wollen immer irgendwie noch was bauen. Am allerletzten drücke irgendwas. Ja. So, ja. Gut hier oben. Jo, das war's. Ja. War einstrengend genug. Ich brauche den Sauber, okay. Dann. Nee. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020